Informationstag Pflege im Mehrgenerationenhaus Oelsnitz. Das Thema Pflege ist zurzeit aktueller denn je. Dazu veranstalteten heute Nachmittag die Wohlfahrtsverbände des Vogtlandkreises, das Jobcenter Vogtland und die Agentur für Arbeit Blauen im Mehrgenerationenhaus Goldene Sonne in Oelsnitz einen Informationstag unter dem Thema Pflege. An verschiedenen Themeninseln konnten sich Interessenten über Inhalte der unterschiedlichsten Berufsbilder in der Pflege informieren. Schon heute besteht ein flächendeckender Fachkräftebedarf im Gesundheits- und Pflegebereich. Aus diesem Grund sollen durch diese Veranstaltung die unterschiedlichen Berufsbilder in der Kranken- und Alterspflege und das Interesse an einem Einstieg in diesen zukunftssicheren Berufszweig geweckt werden. Bis Stand 15. Juni konnten bereits 84 Personen vermittelt werden. Morgen findet die gleiche Veranstaltung im Diakonieverein Reichenbach statt.